Josef und der Pharao Teil 6 der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen Josef war ein Sohn Jakobs, der von seinen Brüdern in die Sklaverei nach Ägypten verkauft wurde und dort zu Unrecht im Gefängnis saß. Eines Tages hatte der ägyptische Herrscher, der Pharao, einen verstörenden Traum. Er hatte ein paar Menschen eingeladen, die sich damit auskennen, Träume zu erklären, aber keiner von ihnen konnte ihm weiterhelfen. Da erinnerte sich sein privater Kellner daran, dass es im Gefängnis einen Mann gibt, der seinen Traum gedeutet hatte und er erzählte dem Pharao davon. Dieser Mann war Josef und so wurde Josef zum Pharao gebracht und um Hilfe gebeten. Der Pharao erzählte seinen Traum. Ich habe sieben fette Kühe aus dem Nil kommen sehen, danach kamen sieben magere Kühe und fraßen die Fetten auf. Aber dicker wurden sie dadurch nicht, sondern waren immer noch genauso mager wie zuvor. Gott hatte Josef gezeigt, was dieser Traum bedeutet. Es werden sieben Jahre kommen, an denen ihr eine sehr gute Ernte einfahren könnt. Danach werden sieben Jahre kommen, an denen ihr nichts ernten könnt. Ich rate euch also, legt euch von dem Überschuss etwas zurück, dass ihr in der Zeit der Dürre nicht in eine Hungersnot kommt. Der Pharao war begeistert von Josefs Fähigkeiten und beauftragte ihn damit, alles für die kommende Zeit vorzubereiten und sich darum zu kümmern, dass in den sieben ertragreichen Jahren genug Lebensmittel aufgehoben wurden, um über die Dürre zu kommen.